Ja und somit herzlich willkommen in einem neuen Level, das nennt sich Dächer. Okay, wir sind hier irgendwo wohl weiter oben, aber bis jetzt sieht's bunt aus, okay. So, wir schauen mal. Warte, was können wir hier machen? Irgendwelche Sachen sammeln. Oh ne, warte mal. Kann ich jetzt irgendwie fliegen oder besser springen oder weiterspringen? Ich weiß nicht so genau. Da hat sich bis jetzt noch nicht so groß anders angefühlt. Was bringen die blöden Flügel? So, wir schauen uns auch da schon mal so ein bisschen um. Nein, sind die Flügel jetzt anders? Oh! Okay, okay, da muss man auch richtig rüberspringen, okay. So kann man auch ganz einfach rüber. Alter, wie's hier aussieht. Ist hier ne Disco oder was? So, was haben wir hier? Komm ich gar nicht nach oben, Moment mal. So, komm ich hier hoch? Ja, das muss doch reichen eigentlich. Schau mal. Und. Ja, sind sogar hochgekommen, aber wäre blöd abgesprungen natürlich. So, wir sollten ja schon mal ein paar Sachen machen. Erstmal schauen eigentlich, was haben wir denn hier? Wir haben natürlich Skate, DVD-Kombo, VHS, Antennen zerlegt. Okay, das wollte ich wissen, was wir da als Spezielles haben. Vor allem komischerweise, bis jetzt war es in jedem Level so, dass man eigentlich sieht, oder von Anfang an sieht, wo Skate ist. Aber irgendwie war ja jetzt ja nix. Kann ich hier eigentlich mit dem... Oh, Moment mal. Oh, das war aber auch ein bisschen knapp. So, ah. Und, ah, verdammt. Okay, eigentlich hat der Slam... Ja, war nicht so gut getroffen. Hier schon wieder. Was war das gerade für ein Sprung, Toni? Ah, guck mal, hier haben wir so eine Antenne, zum Beispiel. Bin ich vorher auch in einer vorbeigefahren? Könnte sein. Ich frage mir wirklich, was die hier bringen. Ich dachte, vielleicht ist das zuerst zum Einsammeln was, oder so. Komme ich hier rüber? Wow. Ganz knapp hier. Ist jetzt komisch an hier auf dem Boden. So, hier können wir die Kombo machen. Okay, und wo ist Skate? Wo zur Hölle ist Skate? Keine Ahnung. Ich hätte irgendwie gedacht, auf jedem Dach ist irgendwie vielleicht eine Antenne. Aber hier sehe ich gar keine. Okay, wir schauen uns erstmal die Kombo an. Erstmal hier alles mitschieben. Sehr realistisch. Der Schirm wiegt auch nix. Okay, also wie soll man hier anfangen? Okay, aber ich grinde hier, hier. Frosch im Hals. Ich grinde hier weiter. Kann ich es nicht komplett durchs Grinden schaffen eigentlich? Nein, Moment mal. Nein, das war nicht so geplant. Theoretisch. Oder muss ich währenddessen was machen? Eingesammelt. Eingesammelt. Konzentration! Bitte! Ah! Okay. So einfach war eine Kombi... Kombi? Eine Kombo bis jetzt noch nie, finde ich. Meistens ein bisschen schwieriger. Weil... War immer so mit Flips und Menüs und Crimes und so. Okay, das wird was. Das wird was. Okay, das war doch relativ einfach, die Kombo. Muss man sagen. Aber was die Flüge sind... Ich weiß nicht, wie in dem nächsten Level... Mit dem, wo man größer geworden ist, wird da halt irgendwas sein. So, okay. Hier, ich glaube, so wie es aussieht, Ende Gelände. Uiuiui. Das war auch knapp. Hier drüben haben wir die Antenne gehabt, aber... An sich... Haben wir jetzt nicht viel. Vor allem, wie komme ich auf die anderen Dächer rüber? Einen Moment mal. Hier ist schon nur so eine Pipe. Ah! Okay. Ich verstehe. Wir müssen hier einmal hoch. Jetzt komme ich natürlich nicht hoch. Natürlich auch ganz gut. So, ganz ruhig. Okay. Ganz schön interessant. Irgendwie auch ganz leer. Hier drüben ist noch was. Hier muss ich rüberkommen wegen der Antenne. Hier sind gar keine Leute. Da ist der unterwegs. Hier einer, aber der steht eher nur rum. So, wie komme ich jetzt hier eigentlich weiter? So, wir schauen mal. Ah, hier kann ich theoretisch rüber. So, haben wir hier irgendwo eine Antenne? Hier kann ich auch rüber schön rüber... Ah, hier ist das S. Okay. Hier drüben mal. Hier sind immer so... Komische leuchten, aber keine Antenne, gell? Vielleicht oben auf dem Dach natürlich noch was. Wicke ein bisschen komisch, ey. Ich brauche acht Stück, dann... Muss ja aber irgendwo noch was sein, oder? Konnte ich nicht eigentlich noch hier rüber? Hier sind wir ja gleich weitergefahren. Hier haben wir noch eine Antenne, genau. Aber ansonsten haben wir ja gar nicht viel. Oh, Moment mal. Ui. Jetzt aber, was für ein Sprung? Hier geht es dann nochmal weiter. So, ich will nicht... Oha. Wieso kam jetzt plötzlich so Speed mit rein? So, schaffe ich das... Ah, Moment, hier stammt meine Antenne. Okay. So, die hier mitgenommen. Eigentlich hätten wir jetzt gerade... Oh, da oben. Ah, da können wir so rübergrinden. Ich habe schon gedacht, vielleicht komme ich über die Pipe hier rüber. Aber man kann ja grinden, dann habe ich sogar das E. Hier unten war mir schon. Haben ja die Combo gemacht. Ich schaue mich gerade nur noch ein bisschen um. Da oben haben wir noch einen T. Also hier kommen wir über die ganzen... Leitungen oder Stangen grinden. Das ist eigentlich auch ganz cool. Wir müssen jetzt erstmal wieder hier rüberkommen, gell? Ah, hier haben wir das E. So, hatten wir noch das E bekommen. Das ist eigentlich relativ einfach. Wir müssen uns nur richtig platzieren. Einmal hier. So, ganz easy. Dann können wir eigentlich mal hier... Ah, das hat nicht so ganz gepasst. Eigentlich wollte ich auf die Stange mal. Äh, hier, wenn ich hier rübergehe. Obwohl. Ja, toll, jetzt bin ich hier irgendwo. Ah, verdammt. Aber da war ich ja an der Seite. Da komme ich doch gar nicht, ähm... Komme ich da irgendwie wieder hoch? Das weiß ich eben gar nicht. Ups. Das war, ja. Schon mal gar nichts. Eigentlich kann ich theoretisch einfach nur rüber springen, gell? Hier, die Leitern bringen aber leider nichts. Jetzt könnte ich hier rüber springen, nämlich da oben. Aber da hätten wir ja gar nichts. So kommen wir halt zu einer weiteren Blattform. Haben wir hier irgendwas? Nee. In sich haben wir ja gar nichts Tolles. Okay, dann wollte ich mal sagen... Oh, der war aber auch gerade ein bisschen spät gemacht. So, Moment. Hier hoch. Ah, verdammt. Hat mich so ganz gereicht. So, wir gehen wieder hier rüber. Denn dann können wir mal über die Stange rüber grinden. So, einmal hier. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Weil ich die Flügeldinger gar nicht habe. Ui. Oder? Doch, natürlich komme ich hoch. So, wo ist die blöde Stange? Ja, da komme ich gar nicht drauf. War ein bisschen zu weit daneben. Ist natürlich ein bisschen mies. Oh, ich komme halt nicht auf die blöde Leitung hier. Ja, hallo? Jetzt komme ich hier nicht hoch. Geht es eigentlich hier noch irgendwo hin? Vielleicht kann ich doch hier auch so rüber. Nein, 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 nicht! Oh, jetzt war ich gerade oben. Nein, den Sprung geschafft habe ich aber nicht, oder? Doch, sogar geschafft. Habe ich jetzt überhaupt schon was? Doch, das E habe ich eingesammelt, gell? Hier kommen wir natürlich nicht nach oben. Hier muss ja auch irgendwo eine Antenne sein, oder? Ich sehe gerade gar keine. Haben wir das T? Ah, das T ist da drüben auch noch. Da habe ich gedacht, das reicht jetzt. No, oh, okay, doch, eingesammelt. Alter, da drüben ist ja auch noch was. Okay. Alter, da geht es doch nochmal eine Schicht nach oben. Ah, Mann. Da komme ich wieder nicht drauf. Gibt es ja gar nicht. Und da nicht drüber. Die Verbindungen sind ein bisschen wenig hier. Vor allem bin ich wieder da, wo, wenn ich runterfliege, bin ich wieder auf dem Dach, wo ich, ja, von dem ich eigentlich runtergeflogen bin. Gerade, wenn ich rüber will. Und dann komme ich hier nicht. Oh, Mann. Wow. Das ist natürlich auch noch ein guter Trick hier. Mit dem Wallride nach oben. So gedacht, so, ja, komm, probier mal einfach mal. Hat ja sogar richtig gut funktioniert. Hier oben haben wir nichts, gell? Auf dem Dach waren wir ja mal, gell. Und jetzt sind wir da nochmal hochgekommen. Äh, Moment. Moment. Ah, ich weiß wie. Warten wir hier rüber. Da könnte vielleicht noch was sein. So, zum Beispiel eine Antenne. Okay, Moment. Haben wir sonst schon was? Nee, haben wir sonst nichts. Alter, hier sind drei so Schichten. Die kommen auf die oberste Schicht. Müssen wir aber, glaube ich, gar nicht hoch, oder? So, da drüben. Oh, auf dem Dach ist noch das S. Oh, das war aber knapp her. Fast runtergeflogen. Vor allem wohl, wo ist die DVD? VHS? Okay, ich war hier drüben zum Beispiel noch nicht. Hier ist auch nochmal so eine Stange, wo man so fett rübergrinden kann. Hier, den Sprung schaffen wir eigentlich auch. Aber ich will hier nochmal umschauen. Hier können wir eigentlich noch kurz das S holen. Ich habe aber Schiss, dass ich zu schnell bin. Dass ich da irgendwo runterfliege. Ja, super. Komme ich halt nicht ran. Was war das zu ehrlich gerade? Keine Ahnung. Wie das... Wie ich da gerade hochgekommen bin. Ganz ehrlich, Leute. Nein! So, ich bin ja wieder hier oben. Hier wollte ich nicht bleiben. Mal kurz. Mal ein bisschen rumschauen. Ah, hier können wir rüberjumpen. Okay. Aber gar keine Antenne hier, gell? So. Oh, hey. Das war so knapp. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das vielleicht schaffe. Wir haben halt das K. Okay, was fehlt noch? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Hier haben wir noch so Poolwetten. Hier kommen wieder so Bälle oder so. Die man rausnehmen muss. So, wir hatten auch hier eine Antenne. Einmal da drüben. Da drüben ist noch, ich glaube, das K. So, immer noch zwei. Keine Ahnung, wo die sein sollen. Bin ich mal gespannt, ob es hier wieder so einen Secret Room gibt. So, ich muss noch hier hochkommen. Das wird auch noch interessant. Der hat die gerade Vollspeed gehabt. Okay, jetzt sieht es so aus. Moment mal. Ich gehe mal raus. Theoretisch doch, wenn ich hier die... Wenn ich hier hochgehe, könnte ich es schaffen, oder? Oh, da muss man relativ schnell sein. Ansonsten klappt das nicht. Aber die VRS und die DVD habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist natürlich noch ein bisschen seltsam. So, jetzt sind wir einmal drauf. Fahren. Ach, das war das A. Ich habe gedacht, das K fehlt, ne? Oh. Okay, Skate einmal gesammelt. Da hinten ist noch eine. Okay, da war ich doch eigentlich schon. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Nein! Ich wollte doch grinden. Damit ich hier rüberkomme. Noch eine Antenne. Und dann? Oh, Moment. Ah, nee, hier war ich ja schon. Das Sack hat von oben irgendwie so neu aus. Aber irgendwie war ich ja schon hier. Nein, wieso fliegt er hin? So, ich gehe da mal runter. Ähm, was brauchen wir eigentlich noch? Eine Antenne, DVD und VRS. Okay. Das mies ist, bei manchen kann man ja auch außenrum grinden und so. Das kann halt sein, dass hier was versteckt ist. Aber ich sehe gar nichts. Komme ich hier außen und grinden wie auf dem eigenen Gebäude? Komme ich eigentlich hier runter? Hier? Müsste ja funktionieren, oder? Okay, das ist automatisch den Bereich verlassen. Oh, wir sind weiter nach oben gekommen. Äh, auf einer Seite dann noch die Antenne. Da drüben war ich. Da drüben war ich noch gar nicht, gell? Da ist auch die DVD da oben. Ähm, okay. Ich überlege gerade. Drüben könnte natürlich dann auch noch die Antenne sein. Aber. Dann fehlt noch die Kassette. Äh, Antenne, Kassette. Au, da. Wir haben einen Kran. Wie komme ich ganz nach oben? Vielleicht von hier drüben, von der Plattform. Oder von hier. Ein Moment mal. Wir gehen mal da rüber. So, oh, ganz. Äh, alles fliege ich hier gleich runter. Also ganz runter. So, ich hole mal hier das komische Ding. So, nun. So, und. Einmal geholt. So, oh. Jetzt komme ich ja gar nicht rüber. Eigentlich. Jetzt bin ich mal, ja, noch am fragen. Ich muss doch da ganz hinten hin. Dann können wir eigentlich hier rüber, oder? Können wir von der Seite machen. So, einen Moment. Ja, da wartet man über die Stange ja noch rüber. Und dann haben wir es ja nicht mehr gemacht. Oder nicht mehr geschafft. So, wo ist die blöde Stange? Ich hoffe, hier irgendwo. Ah, jetzt geht der so leicht links rüber, gell? Hier drüben würde ich auch noch hinkommen. Ja, aber man soll es halt auch treffen. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Wenn ich das nicht treffe, dann, ja, wird das halt schon mal nix. Ja, Moment. Wie machen wir es? Oh, jetzt hat der Sprung nicht mal geklappt. Wo ich machen wollte. Hier komme ich halt gar nicht zurück, gell? Das scheint ein bisschen blöd. Dann machen wir es aber hier rum. Oh, das war auch ganz schön knapp. So, wir haben hier einmal... Muss irgendwo eine Antenne sein, oder? Ja, hier hinten nämlich. Und so haben wir die alle. Und dann... Autsch. Einen Moment. Wo haben wir die DVD? Hier irgendwo. Ja, wenn ich jetzt halt die Frage habe, ob ich richtig gesprungen bin. Die kriege ich hier gar nicht. Ist die Frage. Wieso ich die nicht bekomme? Da müssen wir halt... Ja. Aber ich kann ja eigentlich fast nur hier hin. Also von hier kommen. Oh, Achtung! Nicht runterfliegen. Flügel habe ich auch schon. So, einen Moment. Wo muss ich springen? Eigentlich muss ich gar nicht in die Ecke, oder? Eigentlich reicht es doch hier. So, ja. Sehr schön. Mit der... Super-Fähigkeit. Okay, dann würde ich mal sagen, wir können auch mit der Mission anfangen. Wir haben ja schon alles eingesammelt. Sieht ja so ganz gut aus. Aha, verdammt. Zu spät.